Kev? Die ist nicht die beste, aber wenn wir nachher alle zweimal gepuncht haben, dann spielen wir sowieso weniger mit den Waffen als mit den Effekten. Hör auf. Warum trägst du eigentlich Bart? Warum trägst du Bart? Warum hast du eine Fliegerbrille an? Alte, du hast gerade die Nase hochgezogen. Das sieht voll komisch aus, ohne Scheiß bei mir gleich. Weil der schläft, der Nikolai ist. Ich bin Nikolai blöd. Nee, du bist Richtofen. Was bin ich, Richtofen? Was ist denn Richtofen? Äh, Doktor... Er ist Doktor? Äh, Moni! Hey! Hast du toll gemacht. Doktor Edward Richtofen. So ist es. Doktor Edward mit dem Richtofen. Okay. Und unter anderem, der ist für die ganze Zombie-Katastrophe verantwortlich. Willst du damit sagen, dass jetzt alle auf mich abgefuckt sein sollen, ja? Danke, Junge! Hinter dir, Gif! Hinter dir, Gif! Oh! Oh! Dankeschön! Und ich komme auch alleine mit den Zombies klar, ne? Du schon, aber wir nicht! Oh! Was, oh? Ja, weil ihr auf meine Zombies hier schießt. Nein, gar nicht. Ja, ja. Nein, das sind nicht deine Zombies. Das sind ja, wie wir eben gelernt haben, meine Zombies. Wer hat hier null Kilt, ja? Bei null Tode. Komm, ich war AFK. Ohne Scheiße, ne? Ja, aber trotzdem bis zumhin Stunde. Für dieses Wort laut! Ja, dafür habu ich mich auch bedankt! Ja, null Tode! und dafür dass es mal eine zweite Zombie-Runde ist, ist es doch besser als zwei Tode zu haben Kommt schon wieder Musik? Ah nein, das ist das hier Oh yeah Ich bin der Trucker Bill Oh yeah Ich bin in Automaten und kauf mich leer Hey, für 1500 Kosten Kannst du was von mir haben? Einmal wieder Ach, Musik ist so beurte, scheiße Wieso hast du nur 23 Kills? Scheiner! Hör mal, ich bin verantwortlich für die Zombie-Apokalypse, ja? Was willst du mir? Dass du mir hilfst? Du willst ja keine Hilfe Ich soll dir helfen, pass auf So Du hast es nicht mal getroffen Doch, das hast du nur nicht mitgekriegt In dem Moment hast du die Nase hochgezogen Du hast sie bestimmt mit den Nasenhöhlen, Nebenhöhlen aufgefangen Ja, da musst du mir liegen Hallo? Hallo Zombie Du hast kein Game bekommen Wieso machst du das jetzt zu? Weil es Punkte gibt Wenn ich schon keine Punkte kriege, dann muss ich dir irgendwer anders erholen Du spielst immer mit meinen Freunden Hehehe Lecker Freunde Die! Die! Boah, was war das? Alter! Klara, was machst du? Was? Man hört wie du Das soll ich sagen wie mein Bart, der am Mikrofon kratzt Hehehe Das soll man jetzt lassen wieder Wer macht den Ton? Ich hab da gar keinen Ton gehört Also ich geh mal wieder punchen, okay? Hier, Romeo User have been banned from the server Hehehehehe Hehehehehe Was? Hehehehehe Hehehehehe Oh man, ne He? He? Und jetzt? Was passiert jetzt? Keine Zombie-Anzeige mehr? Kein gar nichts? Ich geh mir ne Runde Panagoten Ja, bei der Runde Ah! 75 Zombies left! Hört sich an, als wenn sie alle Durchfall kriegen würden Hallo! Hi! Hallo! Eigentlich hätten wir die Zombies da in die Mitte Locken müssen, damit er da genau reinspringt Okay, okay Eigentlich hätten wir's machen müssen Und wer sie killt? Kev! Was muss man machen? Insta-Kill Instagram Komm mal mit den Zombieren Gib mir Punkte, weil du... Ah! providers Ha dealer haa Haaha haa 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 Hata Haa Haha haa Ha descubatt Haaz Haa haaa Haa haa Ah ha Haaa haaa haavela diese Donnerkanone pack'n punch? Ja. Die kriegt vier Schuss. Okay. Da fette Punkte! Oh, oh, muttiii! Assay, bum bum bum, der Typ hat gerade keinen Kopf mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ich auch nicht, scheiße! Ey, du kannst dir neue Munition da kaufen, wo du die Waffe gekauft hast. Ja, wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, wo war das? Hier. Moment, ich muss erst mal um mich rumlocken. Ich komme. Da, weiter. Hier an der Wand, die, oder was? Oh, ich kann wieder punchen. Ach da, hier, hier, hier. Ich komm gleich wieder. Alter, das wollte keiner wissen. Was denn, dass ich meine dritte Waffe punch? Nein, dass du gleich wieder kommst. Oh. Du bist so gemein, Camille. Ey, gemein, das hast du gerade gesagt. Ich wiederhole nur das, was du gerade ausgesprochen hast. Camille, ich finde das nicht nett, dass du hier durch meinen Laufweg rennst. Dann renn du hier, dann lauf ich woanders. Ja, okay, ja. Nee, hier sind viele Zombies. Lara, Hilfe! Du hast deine Spezialwaffe. Du hast deine Spezialwaffe. Stell die nicht so an. Was habe ich? Spezialwaffe? Hallo. Oh, was war das? Oh, ich sehe nichts mehr. Hallo. Was für eine Spezialwaffe? Die, die du dir eben an der Wand gekauft hast, die für 500. Die hab ich doch nicht mehr. Oh Gott. Zeig mir diesen Apollos-Eifer-Dinger da, auch Zombies töten? Kaum. Oh, scheiße. Kev, jetzt rennst du hier rum, wo ich rumrenne. Ich werde jetzt meine Zombie-Kollegen auf dich häzlen. Ich hab keine Munition mehr. Oh. Hast du das gesehen? Nein. Moment, hast du nicht gerade gesagt, du hast keine Munition mehr? Ja, für die andere Waffe zum Schießen. Ich hab noch diese Donnerkanone. Ich wollt grad sagen, da kommt der mit der Donnerbalken-Hallo! Die wollten nur ein Autogramm haben, was machst du? Gib kein Brot, der Blick ist tot. Ey, hier ist ein Adolf Hitler-Zombie. Hä, die kann man ja voll gut töten. Oder auch nicht? Warum sind die grad so langsam? Loll! Guck mal, Romeo, guck mal, guck mal, guck mal. Ich kann grad nicht, die sind grad bei mir alle langsam. Ja, weil ich so ein Ding eingesammelt hab, guck mal. Ey, ich will auch so Star-Wars-Knarre. Warte, wo war das Pack-Up-Punch? Auf der anderen Seite, ne? Oh, du meinst? Scheiße, falsche Richtung. Ich muss in die andere Seite. Nein, null Zombies! Oh! Jetzt komm ich schon wieder neu! Ich muss rüber, ich muss rüber! Ich hab keine Ausdauer mehr! Lass mich durch! Ich schwöre dir, lass mich durch! 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 ok hallo ich habe eine Gepäckabschickelke Dienster Wumster oder da aber ich dachte wenn ich die fahrt und Pantsch machte die Munition dazu habe ich bekommen ich nicht du knackst gerade hat jemand zufällig weise Munitionszeug? nein meine Waffe gibt es an der Wand der Rentamilien ist was ist das denn? BOOM ich wollte keinen sammeln hallo hi hallo das ist ja doch cool hab ich doch auf Wiedersehen noch 29 Schuss in der Waffe ich muss gleich gehen wie spät ist es überhaupt? äh 0 Uhr oh du scheiße 0 Uhr 30 schon oh 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 Mami küsst du denn? ich hab ja morgen nach Schule ich muss morgen wieder arbeiten war auch voll lustig war auch voll lustig kommt der Tekonator gerade bei mir rein und schreibt in diesem ME Modus has donated 100$ I have too much money Tekonator for for donation ich will nicht wenn du nicht hast wenn ich den Zombies im Kopfschuss gehe bekommt er irgendwann Blitz ja manchmal ja manchmal nicht oh wenn du die doppelt gepanscht hast dann ist es dein Effekt das hängt aber nicht mit oh Mutti Mutti du bist nie für mich da ist das ein guter effekt? ja das ist tote leitung wird da unten unter der waffe stehen denke ich mal ja ja das ist recht gut das ist für ziemlich das beste in meinen augen ach das war keff ich hab grad auf keffs gebanert oh mutiii voll bepackt mit tollen sachen die das leben schöner macht hinein ins weekend feeling ey ich krieg auch nur scheißwaffen ne? ich hab grad fein verconnected ich hab grad zweimal die Argus gekriegt, einmal die Pharo, einmal die MX-Bahn wo kommst denn du her? jetzt krieg ich die Rift, ey keine Punkte mehr hr oh mutiii der kommt angerannt ey nö öpen gedöpen möpen nö wer hat das jetzt eingesammelt nein warum sagt man denn nix? Keff das war kein Absicht mir kam es ganz gelegen, meine Waffen waren beide leer also siehst du, beschwere dich nicht ich möchte mich aber beschweren welche Perks soll ich mir noch holen? Reduce Wine ich würd sagen, die Perücke das ist, wenn du springst wenn du von hinten aus springst bei den Palmen steht das, da musst du dann ähnlich wie bei Speedculler eben, schnell X drücken, dann trinkst du das während des Flug oh 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 ja, wie komm ich da hoch? oh, scheiße, ich häng fest nicht das, das ist Electric Cherry ich würd ihn beleben, ich hab jetzt endlich mal diese Doppelwaffe da danke danke bitte schreiner, schreiner, scho-scho-schreiner ich kapier's nicht wie man da hochkommt du kommst da nicht hoch das ist das nicht ach so bei den Palmen da musst du kommen ach so das ist, äh, Electric Cherry, das kommt direkt nach, danach Cherry Cherry Lady ein schöner Tag die Welt steht still ein schöner Tag mein Rücken, der ist so krass bei mir ich hab's geschafft ich will nicht sagen, dass ich schon die ganze Zeit wieder frei habe, aber genau das habe ich oh 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 mein Gott, unser Tod wisst ihr, was ich habe? den Drang zu überleben oh mein Gott, wie habe ich das gerade überlebt? ich war eingesperrt und ich hatte keine Raketenschiebe mehr für die Dinge und keine Muni ich hab nicht mal mehr so'n Schiff ich muss dir neues wollen gehen ich krieg die Drakon ich geh wein ich krieg halt nen Sniper ich will jetzt auch so ne Dingens haben so ne Kiste weg da jetzt ich komme du kannst mich mal ich bleib hier so lang, bis ich entweder ah, jetzt hab ich keine Punkte mehr hat dir schon mal einer gesagt, dass der Charakter aussieht wie Snoop Doggy Dog? ich bin Takeo, ich bin Jakana, okay? was, Takeo? Schussverkauf ich hab was zum Spielen nein nein I say boom boom boom, wir schießen mit Raketen Rohomeo wie viele Perks gibt's hier auf der Map? weiß ich nicht oh oh jetzt da oben muss man auch im Springen machen, oder? ja fuck fuck ach, Romia ich bin tot ach, nö doch das könnt ihr jetzt nicht machen ja doch siehst du doch das was an oh, meine eigene Granat ich lebe ich geh Lara holen, wenn ich es schaffe naja, ich mach das schon ok, ich versuch zu überleben egal wie fuck, ey warum sterbe ich denn? wo kommen die denn jetzt her? oh oh scheiße pass auf von hinten ich bin jetzt wieder doch nicht pass auf hinter dir maximale Munition oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich brönt mich meinem Rücken zum Zombies ich krieg die ganze nein, hier explodiert irgendwas und ich stirb dadurch die ganze Zeit warum? was explodiert denn da? ich weiß es nicht das klingt nicht weil die sind die Zombies die ich töten ey, das ist doch nicht wahr das ist, weil du kein Jugger hast aber lass uns mal versuchen den Netzen überzulaufen was war für Gatze? oh mein Gott, komm mal mit bitte schnell einmal bitte kaufen einmal bitte kaufen und jetzt wieder zurück rennen und dir wieder ein Schild holen bitte im anderen Haus oben boah, ihr Zombies geht mir jetzt schon so auf die Eier, ey ich glaub das ist dann ein Zweck des Spiels ich glaub das ist dann ein Zweck des Spiels nein doch ihr OPC mit Modern Map ist das moin moin wieso werde ich ihn jetzt schon wieder auf Skype angerufen das stinkt mir die Suche die Suche haben wir mit Kettenwerfer weil ich keine andere mit Waffen mehr habe ohne doch Kiste heisst das das ist